Normalerweise, wenn wir mit unserem Essen in einem Lokal fertig sind, müssen wir uns noch auf den Heimweg machen. Erst dann können wir uns in das warme, weiche Bettchen hinlegen. Das Restaurant Lobster Roll in Barcelona erspart uns das Nachhausegehen. Schlafen legen können sich Besucher nämlich gleich dort. Nach dem Mittagessen haben wir die Möglichkeit, ins Bett zu gehen, um ein Nickerchen zu machen und eine Stunde lang zu ruhen. Das hilft vielen Leuten, die nach dem Essen müde werden. Ruhen sie sich aus oder stehen sie auf, essen oder trinken etwas und habt einen entspannten Tag. Vor allem Leute, die hier im Büro arbeiten und keine Zeit haben, nach Hause zu fahren, kommen zum Mittagessen hierher und arbeiten von hier aus oder ruhen sich aus, um maximalen Zeitgewinn zu erzielen. Die Inhaberin des Restaurants hat sich von Amerika inspirieren lassen. Die Speisen stammen ursprünglich aus Nordamerika, insbesondere die Hummer-Sandwiches. Wir haben auch Schalentiere wie Krabben, Garnelen und auch Schweinefleisch. Sie können zwischen rotem und weißem Krabbenfleisch oder den mediterranen Garnelen wählen, die sehr groß sind, oder Pulled Pork, das sehr langsam zubereitet wird. Besucherin Melania hat das ungewöhnliche Lokal zum ersten Mal ausprobiert. Es gefällt ihr sehr gut. Es ist wirklich gut. Ich war vorher noch nie hier. Das Essen war wirklich gut. Und auch der Nickerchen-Teil gibt dem Restaurant einen ganz besonderen Touch. Wie viel Komfort hier das Bett im Lobster Row wirklich bietet, kann man erst sagen, wenn man sich dort hingelegt hat. Es gibt viele Leute, die es nicht kennen und sagen, dass es gut aussieht, aber Angst davor haben, es zu probieren. Und es gibt viele Leute, die es probiert haben und überrascht waren. Im Juni hat das Restaurant ihre Pforten geöffnet. Und allein schon der leckeren Sandwiches wegen ist der Lobster Row einen Besuch wert. Plus, es ist das einzige Lokal in der Stadt, wo man direkt nach dem Essen ein kleines Nickerchen machen kann.